Aber ein neuer, der kann ich sowieso nur den EEK-Kalom. EEK-K, was ist denn das mit dem Neuen? Enorme Erfahrung, keine Kohle. Und dir, lass ich jetzt noch die Brösche noch, gell? So. Dass du hier irgendwie knifeln, gell, Schätzchen? Ja, ja. Bist ein liebender, gell? Ja, manchmal wollen sie da hinten für dich, gell, Schätzchen? Ja, ja. Ja, tschüss, tschüss. Tschüss. Zähl. Frau Hoffmann, es tut mir im Wahnsinn. Ich bin auf die Mäuse nach dem Blatt. Frau Hoffmann, die sind gleich da. Frau Hoffmann, die sind schon wieder da. Ja, aber... Frau Faulgerin, kann ich uns trinken nach dem Blatt? Oh, ja, gell. Äh, ich bin ein Glankos-Musti mit einem Karton-Röbel. Ich glaube, ich muss mir so etwas helfen. Ich würde in diesem Fall auch gerne Biomax Havelar Mocchaccino Lacktose. Wir haben jetzt wieder ein bisschen mit Cyanamont Spices. Ihr Soya-Handl-Müll-Kombo ohne Eis. Aber der Flur mit einem veganen Karamentübeln und Top. Ein Kaffigremi. Ich habe mich gleich. Komm. So, können wir endlich starten? Wir haben heute Top-Bau mit unserer Idee. Busy? Ja, wir müssen bestellen. Wir haben unsere Reise-Programm erreicht und starten jetzt mit unserem Wurzel. Was darf für euch, sie junge Damen? Welches Büffürst du mit eurem Schugetätti könnt ihr euch das sehen? Die Schugetätti ist Schugetätti. Das weiß ich nicht für euch. Mit dem könnt ihr es zwar nicht besser, aber länger. Seid ihr das Kaffee? Nein, wir jagen an. Rikor! Ich habe ja gesehen, der kommt gleich wieder. Tani, was ist da los? Oh, wie süss ist die Praline, sagt er. Er ist gerade eine kreative Phase. Und was ist denn der? Der ist schon ein alter Studierkamerad. Wir können fast weniger in der Klasse zusammenkommen. Kommt da. Kommt da hinten. Wir müssen nicht durchklicken. Hillen. Billmann. Letztes Mal, als er das gemacht hat, hält er den Kassadri hinein und steigert, dass er gemeint hat, dass er sich gut persönlich persönlich ist, was hat ich doch gemacht. Ah ja, ich baue dir ja nicht heute nicht. So, dann habe ich jetzt mit dem Trecht. Wollen der Helfer, geht ich mit euch die Teste weg? Stop! Nein! Ich habe das vergessen. Ich habe das vergessen. Ich brauche noch eure Lüder aus der Karte. Und die von Frau Schauer. Ich brauche auch noch eine Aune. Die ist noch lange im Zumenladen. Sie ist noch lange im Zumenladen. Sie versucht gerade an Bleistpresse zu entzünden. Sie versucht gerade ein Bleistpresse zu entzünden. Sie versucht, die Pflanzen zu entzünden. Veganer zu haben. Sie sagt aber auch nicht Happy, wenn sie es hat. Nein, nein, es ist alles gut. Können wir nichts vormachen. Es geht um einen Typen, oder? Woher wüsst ihr das? Ich spüre das. Wenn ihr einbauten Love, dann darf. Es spielt keine Rolle. Es kann sowieso nicht auswählen. Warum? Ja, wie soll ich sagen. Er arbeitet quasi für Konkurrenten. Ich würde meinen Job verlieren. Und wir haben einen Strafpaar zu machen. Wieso? Er will vor die Polizei suchen. Und von dem habe ich schon einmal gelesen. Wenn man sich in einen Knastchen verliert, dann sagt man, hey, Sikiros. Wir haben jetzt Stockholm-Syndrom. Genau. Wir haben einen Flussbestand in Grönland. Ja, schau mal. Dann schau mal. Hörst du mir, Herr Owen? Ich habe so eine Sorgen rausgelegt. Wo habe ich mich dann mit ihr kennen? Online-Denken. Online. Fabius, ja, ich war ja auch nicht stolz. Ja, so einig ist die Probleme. Und dann? Ja, er ist ja ein bisschen älter gewesen, als ich gedacht habe. Ja und dann? Ja, ich sage es einmal so, vor dem Küsse hat er das Bees rausgenommen. Und dann habe ich meine Kinder. Ja. Wie viel? Hundertfünfzig. Ich habe alle ein Jahr als Samensteller gekauft. Anatoly, trinkt ihr Alkohol? Nur etwas zu feierig. Tragt ihr ein Gebiss? Was? Sie hat mir aufgezeigt, dass ich das Internet-Influenter-Dings gar nicht brauche, sondern dass ich mich zuerst akzeptieren und lernen kann und dann kann ich erst die anderen lieben. Er war hier. Und darum ziehe ich jetzt auch, wie die Frauen mehr gängig. Und meine Schwester kann nicht gängig gängig, oder? Und sie kann mir zeigen, wie man junge Leute ansprich und für die Kirche kenne. Eine typische Binde in Situationen. Die sagen sie, auch wenn ich für die Hälfte, die auf dem Zelt um eine Bahn holt, dann stammt. Aber ich möchte mich doch ganz ehrlich für euch bedanken, Herr Wagner. Ja. Wir werden euch und eure Agentur weiter empfehlen. Kommt sie, wir haben noch ein paar Wettbewerbs zu besprechen. Tschüss, Möppelü! 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 Das werden wir haben! Möppelü! Alles klar! Möppelü! Vielen Dank.